Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Landesliga Westfalen Saison 20-24-25 Predictions. Los geht's! Heute um 15 Uhr SC Heufort unterlegt VF L Thesene 1 zu 3. SV Heide Paderborn gegen Höbel. Dann das Derby SV Heide Paderborn gegen Höbel Over SV. Das Ganze geht 2-1 auf für SV Heide Paderborn. Herzlichen Glückwunsch! SVA von Wetter unterliegt SVDJK Mastbro 1 zu 3. TUS, Dornberg und Spielvereinigung Beckham spielen 2 zu 2 unentschieden. FC Kaunus gegen Spielvereinigung Brackel. Das Ganze geht 2 zu 4 aus für den Spielvereinigung Brackel. Herzlichen Glückwunsch. Und um 15.30 Uhr FC Rot-Weiß-Girch Längern unterliegt SVKT 07 Minden 1 zu 3. TUS Lohr schlägt Post TSV Detmold 2 zu 1 und FC Bad Oenhausen spielt gegen TSV Oerlinghausen 1 zu 1 unentschieden. So, da war es vom 4. Spieltag mit den Predictions der Landesliga Westfalen Staffel 1 Saison 2024-2025. So lassen Sie, da lassen Sie, wo du gut kickst. Ciao.